Guten Tag, schöne Zwei-Zimmer-Wohnung saniert mit Wandbad und Fenster, Hochparteir. Haben wir hier einen kurzen Dielen im Garderobenbereich. Haben wir hier die Wohnzimmer mit offenem Küchenbereich, Bar auf der linken Seite, im Sommer hier Südseite, schön mit Sonne, aber jetzt trotzdem, trotz Herbst oder fast Winter, trotzdem sehr helle Wohnungen. Wohnungen mit Lampenade ausgestattet. Da haben wir den Dresenbereich und dahinter sozusagen die Küche. Schönen Blick fensterseitig ins große Wohnzimmer und zum Küchenbereich. Superhelle-Wohnung. Gehen wir hier zum Küchenbereich. Gefließt. Anschluss, Geschossspüler, Herz, Spüle. Fließenspiegel etwas größer hier. Fußboden gefließt. Und schön aus der Küche den Blick auf den Dresenbereich und ins Wohnzimmer. Trotz des kleiner Sonnenschein zubehellt. Licht hier einfach traumhaft schön. Dann geht's zurück zum Dielen, gleich der Obenbereich. Dann gehen wir hier ins Schlafzimmer zum Innenhof. Zum Ruhigen. Hier auch superhell. Obwohl keine Sonne scheint. Blick zum Innenhof. Blick fensterseitig ins ruhige Schlafzimmer. Dann geht's zurück zum Dielen, im Garderobenbereich. Dann sind wir hier im großen Wannenbad mit Fenster. Links Handwaschbecken und Spiegel. rechts die Wartewanne. Gefließt. Fußboden natürlich auch. Flätenbereich mit Kammern. Zum ruhigen Innenhof. Mit einem kleinen Gartenbereich. Blick fensterseitig. Ein schönes große Wannenbad. Mit Fenster. Hier nochmal der Toilettenbereich und Kammer. Gegenüber Handwaschbecken mit Spiegel. Hier die Badewanne mit. Hier die Badewanne mit. Nochmal einen schönen Blick ins große Wannenbad und Fenster. Dann geht's zurück zum Dielen, im Garderobenbereich. Dann sind wir durch die schöne Zwei-Zimmer-Wohnung in Leipzig-Stadt auch jetzt auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.